Mein Name ist Armin Haas und ich komme aus Deutschland. Am IASS erforsche ich, wie wir zu einem nachhaltigen Finanzsystem kommen können. Ein Finanzsystem, das ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig ist. Ich erforsche das zusammen mit meinen Kollegen hier im Haus und mit einem internationalen Netzwerk aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Hier am IASS kann ich transdisziplinär und systemisch forschen. Und deswegen bin ich hier. Nachhaltiger Vielen Dank.